Funkel, das wünsche ich mir für Samstag. Friedhelm Funkel hat in seiner Karriere vieles erlebt und über 1.400 Spiele als Spieler und Trainer im Profifußball bestritten. Zwei seiner ehemaligen Vereine treffen am Samstagnachmittag im Rheinderby aufeinander, Fortuna Düsseldorf und der FC Köln. Die Fortuna hat er von 2016 bis 2020 trainiert, den FC sogar in zwei Perioden zwischen 2002 und 2003 sowie acht Spiele am Ende der Saison 2020-21. Vor dem Rheinderby spricht der Fußballlehrer über freie Zeit, seine beiden ehemaligen Klubs und den Weg des FC Köln mit jungen Spielern. Was erwarten Sie vom Spiel am Samstag? Ein hochintensives Spiel Der FC hat aus meiner Sicht drei Punkte zu wenig, nämlich die vom vergangenen Wochenende. Wahnsinn, dass man das Spiel trotz dieser Überlegenheit nicht gewonnen hat. Diese drei Punkte fehlen den Kölnern. Das Momentum ist momentan bei der Fortuna, keine Frage, sie haben einen unglaublichen Lauf und erst ein Gegentor durch einen Elfmeter bekommen. Aber Köln hat gute Spiele gemacht, deshalb ist die Partie offen. Ich freue mich einfach darauf und glaube, dass es ein gutes, intensives und offensiv geführtes Spiel von beiden Mannschaften wird. Wie haben Sie den FC in den bisherigen Spielen gesehen? Der FC tritt sehr geschlossen und gut auf. Die Mannschaft tritt so auf, wie ich es auch erwartet habe. Das ist eine sehr gute Mannschaft, die kaum einen Spieler verloren hat. Sie haben junge Spieler hochgezogen, das ist ein sehr guter Weg in der zweiten Bundesliga. Für mich ist es neben dem HSV von der Zusammenstellung her die beste Mannschaft. Die Kölner erwarten sicher von sich, dass sie oben dabei sind. Das Zeug dazu haben sie. Sie haben einen sehr guten Trainer, der das gut macht und seine Spielphilosophie mit frühem Anlaufen, Pressing und Gegenpressing der Mannschaft schon gut vermittelt hat. Das Einzige, was noch fehlt, ist, die Chancen dann auch in Tore umzumünzen und das ist leider das Wichtigste im Fußball. Da müssen sie sich noch verbessern. Was sind aus ihrer Erfahrung die Chancen und Risiken einer so jungen Mannschaft? Es sind einige junge Spieler dabei, aber der FC hat auch genügend Erfahrung in der Mannschaft. Wenn ich zum Beispiel an Florian Kainz, Timo Hübers, Dejan Ljubicic, Liat Pakarada, Luca Waldschmidt oder Marc Uddenke, das sind erfahrene Spieler, die die jungen Spieler führen können und müssen. Selbst Jan Thielmann ist zwar noch jung, aber hat schon einige Jahre Erfahrung. Das ist nicht nur eine blutjunge Mannschaft, die Mischung stimmt. Das ist für die jungen Spieler gerade in der zweiten Bundesliga eine super Chance, sich zu zeigen. Das machen sie, der Trainer wirft sie teilweise vielleicht auch gezwungenermaßen hinein.